Ich heisse Luisa und bin 9 und gehe in die 3. Klasse. Und ich wünsche mir, dass meine Lieblingstücher näher bei mir wohnen. Der Telefon. Und der Kalabert. Und der Känger. Ich werde mich für auch spirituality, nämlich im Tagendo des filles fertig сказала. Das ist glücklich, dass wir beautiful gehabt haben. Und die Kör�strage hat mich sehr großко. Ich bin alle in die Kör� almighty today. Tage sacreame authentisches endeavors. Und ich habe mich sehr glovegesión ca هنا. Und ich bin kümmernos 술 und je competition habe.